So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich dachte erst, verdammt, es ist zu spät, wenn ich das Video mache, weil es gibt ein neues Ticket, was man gestern schon kaufen konnte. Da kannst du doch nicht heute erst das Video machen, aber das Ticket, beziehungsweise die Boni und die Forschung und alles, was damit zu tun hat, gilt eh erst ab morgen. Also ab Beginn der neuen Season, ab 3. September, ab Dienstag, dann kann ich also heute, am Montag, am 2. September, noch ein Video davon machen und berichten. Es gibt auch einen neuen Raid Day dann am Wochenende, über den möchten wir reden. Das ist ja eh nur so ganz kurz, deswegen packen wir beides in ein Video und haben dann erstmal alle News fertig, sodass ich endlich mal meine Sarina-Forschung dann hochladen kann und damit endlich mal mein Mewtwo-Video kommen kann. Und es kommt ja eh immer zu was. Dienstag ist ja wieder Raid-Boss-Wechsel, machst du da wieder, komm, Jonas, es ist immer was los. So, was auch los ist, ist, wir haben das neue Kanal-Maskottchen bestimmt. Dadurch, dass ja die Raid-Bosse für den September bekannt sind, hatte ich wieder eine Umfrage gestartet und gefragt, was wird das Kanal-Maskottchen für den September? Groudon, Kyogre, Sackjahn oder Mega-Gadawars? Hat sich gar keiner beschwert, die Schreibweise fand ich lustig, ist bestimmt gar nicht aufgefallen. 302 Stimmen wurden abgegeben und mit 50% Sackjahn auf Platz 1. Das ist der Wurst mit den Bockwürsten, mit der Bockwurstkette. Grüße gehen raus an den Bockwurst-King, den 98er Bockwurst-King. Deswegen ist Sackjahn jetzt hier immer am Rand bei den Infovideos eingeblendet und so, weil das ist das Kanal-Maskottchen. Leider guckt es in die falsche Richtung, das ist aber egal. Dann sag mal ganz kurz was zum Raid-Day, bevor wir zu dem Ticket kommen. Ich habe immer gesagt, ich freue mich auf jeden Raid-Day, denn auf dem Free-to-Play-Account, dem Habanero-Lime, habe ich ja nur einen täglichen Pass und ansonsten kann ich nicht viel machen, obwohl ich eher der Raider war statt der GBLer und deswegen ist momentan halt immer nicht viel los, die Luft raus und man freut sich auf coole Raid-Bosse, aber kann dann ja auch nicht viel machen. Aber Raid-Days sind so schön, weil du 5 Zusatz-Pässe kriegst, du einfach mal 6 Raids an einem Tag machen kannst, dann was als Shiny vielleicht eingeführt wird. Meistens auch richtig coole Raid-Bosse am Raid-Day da sind und jetzt kommt Legios als Raid-Day. Warum? Damit der Shiny eingeführt wird, aber ich will mich nicht beschweren, lieber ein Legios-Raid-Day als gar kein Raid-Day. Legios hat für den Raid-Tag Formation eingenommen, weil ihr das also noch nicht mitbekommen habt, am Sonntag, dem 8. September, also diesen Sonntag, von 14 bis 17 Uhr, Raid-Tag mit Legios erscheint in Raid-Kämpfen, man bekommt wieder 5 kostenlose Pässe zusätzlich, also ihr könnt 6 Raids machen, ihr habt ja den freien, 5 zusätzlich sind 6, wenn ihr den vom Vortag aufhebt, habt ihr 7 Raid-Pässe an dem Tag, die ihr kostenlos nutzen könnt. Ob man seine jetzt unbedingt aufheben sollte für Legios oder ob man lieber dann Kyokre macht, weil Kyokre ja morgen am Dienstag reinkommt, also ich würde lieber meine Pässe in Kyokre investieren und dann nur vielleicht diese 5 zusätzlichen für Legios machen, damit man vielleicht trotzdem das Shiny mitnimmt. So, es besteht eine erhöhte Chance auf schillernde Legios und das Fan-Rate-Limit am Wochenende wird auf 20 erhöht, hat schon einer gesagt, ich glaube, das war ab ins Tierheim, da kannst du doch Raids für Zuschauer machen mit Legios, wegen den 20 Fan-Rates, aber, 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 aber... Oh, warte mal, warte mal, wieso mit Legios? Von Sonntag, 8. September 2 Uhr bis Monag, der 9. September 5 Uhr, ist das Fan-Rate-Limit erhöht. Da könnte man ja am Sonntag Raids für Zuschauer machen mit Kyokre, also müsste man ja sowieso, 10 bis 12 Uhr stream ich Kyokre, kein Problem, Raids für Zuschauer, wo man 20 Fan-Rates machen kann, um eben Kyokre-Rates zu machen. Richtig fett, weil da ist die Erhöhung ja schon greifend. Und dann geht man raus, 14 Uhr bis 17 Uhr und versucht halt diese 5 zusätzlichen Pässe vor Ort, die man hat, an den Arenen wegzumachen. Also das, ich muss ja keine Raids für Zuschauer mit Legios machen, ich kann die ja mit Kyokre machen, weil ja da schon diese 20 Fan-Rates greifen. Für Legios, wenn ich natürlich unterwegs bin, ein Raid-Day spiele und meine Pässe alle da verbrauche, streame ich aber auch unterwegs und wer da dabei ist und eingeladen werden möchte, der kann das auch machen. Aber ich glaube nicht, dass das Interesse an Legios Fan-Rates so groß ist oder so viele Leute dafür was ausgeben wollen. Deswegen denke ich, das kannst du ebenst mit zwei Accounts ganz chillig machen nebenbei. Brauche ich jetzt nicht eure Hilfe, kann euch aber vielleicht Kyokre anbieten an dem Tag als Stream von 10 bis 12 Uhr, Raids für Zuschauer. Es gibt wieder ein Event-Ticket auch für 5 US-Dollar oder eben entsprechend halt dann viel mehr. Was ich nicht verstehe, wenn da 5 US-Dollar steht, müsste das ja eigentlich weniger sein, aber 5 US-Dollar sind meistens bei uns dann 5,99 Euro. Obwohl Dollar ja höher sind als Euro. Wenn ich was für 50 Dollar bestelle, kostet das vielleicht nur 46 Euro bei mir. Wieso sind dann also 5 US-Dollar für ein Ticket in Pokémon Go plötzlich 6 Euro? Wieso ist das andersrum? Das verstehe ich nicht. Durch das Ticket gibt es 8 zusätzliche Raid-Pässe, also 14 insgesamt an dem Tag. Erhöhte Chance auf XL-Sonderbonbons für die Raid-Kämpfe, 50% mehr EP für Raid-Kämpfe, doppelter Staub für Raid-Kämpfe. Wenn ihr mir das Ticket schenkt, werde ich natürlich alle Raid-Pässe da im Stream unterwegs für Legios nutzen. Ich werde den vom Vortag, wie gesagt, nicht für Legios nehmen, aber ich werde die 8 von dem Ticket plus die 5 zusätzlichen, die man so hat, plus den einen, der sowieso an dem Tag ist, für Legios nutzen und dann unterwegs machen. Ihr müsst nicht, aber wer das macht, ist der Stream halt länger und ich muss mehr draußen rumlaufen. Das also alle Infos für Legios. Das Ding ist, glaube ich, aber nicht nützlich. Brauchst du nicht. Kann nix, weder für Raids noch GBL. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber wird neu als Shiny eingeführt. Und was wir jetzt haben, dafür muss ich aber das Hintergrundbild ändern, das ist bestimmt noch nie aufgefallen, dass ich das Hintergrundbild, das, was hier drauf ist, immer anpasse. Deswegen habt ihr ja auch jetzt lilanes Licht. Und jetzt kommen wir zu dem täglichen Pogbünz-Prämie-Ticket Teil 1. Da muss ich erstmal Danke an Alexander Ahringer sagen. Der hat mir gestern nämlich dieses Ticket geschenkt, was heißt, dass ich jetzt einen Monat lang jeden Tag 20 Pogbünzen mehr kriegen kann als normal, weil man ja eigentlich 50 aus den Arenen kriegt. Aber mit diesem Ticket hat man ab 3. September dann eine tägliche Feldforschung, die man hingeworfen kriegt, wo man 20 Münzen rauskriegt. Aber eigentlich müsste ich ja einfach nochmal vorlesen, was hier dasteht. Tägliche Pogbünz-Prämie Teil 1. Ab dem 1. September könnt ihr das Ticket Tägliche Pogbünz-Prämie Teil 1 für die neueste Jahreszeit im Pokémon Go erwerben. Döner-Maximum. Mit diesem Ticket steht eurem Döner-Maximum-Abenteuer nichts im Weg, denn ihr bekommt täglich eine Bonus-Feldforschung, für die ihr 20 Pogbünzen erhaltet. Man muss jetzt aber irgendwie einen Platz haben für eine Feldforschung. Also wer alle Feldforschungen vollgepfropft hat und nichts abholt, der kriegt die beim Einlocken glaube ich auch gar nicht. Und ich weiß nicht, wenn ihr dann eine löscht, ob die nachträglich noch kommt. Schaut also, dass ihr, bevor ihr euch einloggt, am Vorabend schon mal Platz macht und schweißt alles weg, was ihr an Feldforschungen habt, dass da Platz ist. Dass ihr frühs diese Bonus-Aufgabe bekommt, aus der ihr nochmal 20 Münzen kriegt und dann täglich 70 Münzen erhalten könnt. Das ist schon cool. Vor allem, wenn man sich das selber nicht kauft, aber diese Bonus-Münzen hat, dann kannst du ja schön viel sammeln, was du später bei einem Event dann auch mal wieder in Rate-Passe investieren kannst oder andere Sachen. Dienstag, 3. September, genau. Man kann sich also ab dem 1. das Ticket holen, aber es zählt erst ab Dienstag, dem 3. September, von 0 Uhr bis Mittwoch, den 2. Oktober. Für 4,99 US-Dollar erhaltet ihr besondere Boni und eine befristete Forschung. Ihr könnt Tickets erwerben, an Freunde verschicken, ihr müsst aber super Freunde sein, also mindestens Stufe 2. In dem Ticket ist was drin. Diese tägliche Bonus-Feldforschung mit den 20 Poke-Münzen. Aber das ist nicht alles. Ihr habt mit dem Ticket dann auch dreifache EP für das erste gefangene Pokémon des Tages und dreifache EP für den ersten gedrehten Pokestop des Tages. Worüber sich die Freunde jetzt vielleicht freuen, dass man bis zu 50 Geschenke pro Tag öffnen kann, also mehr Interaktionen dann hat. Ich kann dann 50 Geschenke von euch öffnen, ich kann 150 Geschenke pro Tag verschicken, wie so steht hier, bis zu 150 Geschenke pro Tag von Pokestops und Arenen öffnen, erhalten. Also man kann 150 verschicken, statt 100, das ist auf jeden Fall mehr. Und man kann bis zu 40 Geschenke im Itembeutel aufbewahren. Und das ist schön. Ich bin ja immer noch ein Freund, der abends dann immer guckt, mit wem hat er interagiert, wem mache ich jetzt noch auf. In letzter Zeit gibt es auch wieder vermehrt Glücksfreunde. Das ist cool. Glückstrades. Man hat wieder Ziele ein bisschen. Also es geht bergauf. Nachdem die Luft mal raus war, geht es wieder ein bisschen bergauf. Und für den Kauf des Tickets tägliche Pokémon-Prämie erhaltet ihr eine befristete Forschung. Neben diesen ganzen Boni gibt es also auch eine Forschung. Und in dieser Forschung kriegt ihr am Ende nochmal 200 Pogemünzen obendrauf. Also neben diesen 20 täglichen zusätzlichen gibt es in der Forschung sowieso 200 Pogemünzen. Was ja also im Wert von 2 Euro sind. Ihr nur 5 Euro bezahlt, aber 2 Euro direkt wiederkriegt. Also habt ihr eigentlich nur 3 Euro bezahlt. Aber durch die ganzen 20 Münzen pro Tag wäre es sinnvoller also einfach die Forschung zu kaufen, die Münzen mitzunehmen und dann hat man einfach nur die Boni. Sich kostenlos plus gratis Münzen bekommen. 200 Pogemünzen, 15.000 EP, 15.000 Staub. Wer das Ganze über den Webstore macht, der bekommt gleich irgendwie alle 3 Tickets, weil wohl in dieser Season jeden Monat so ein besonderes Ticket vorhanden ist. Man kann die sich jeden Monat kaufen oder man kauft jetzt für 14,99 das das Season Ticket, wo ihr alle 3 Einzeltickets für die einzelnen Monate drin habt und zusätzlich wo steht denn das? Ihr haltet alle 3 Tickets für die tägliche und zudem 100 zusätzliche Pogemünzen ohne Aufpreis. Also wenn ihr es über den Webstore kauft, bezahlt ihr genauso viel wie wenn ihr einzeln jeden Monat das kauft, kriegt aber zusätzlich 100 Pogemünzen noch dazu, also im Prinzip 1 Euro nochmal hin und her. Ich habe keinen Webstore über den Web, also ich benutze den Webstore nicht. Über den Webstore kann man auch nichts verschicken. Ich bin also darauf angewiesen, falls mir jemand ein Ticket schickt und ich danke sagen kann, dass ich dann die Forschung machen kann, dass ich diese Münzen mitnehmen kann, dass ich mir irgendwie was Tolles kaufen kann dann mal im Spiel und ich finde das cool. Danke also nochmal an den Alex. Ich würde euch empfehlen, holt euch das. Wenn ihr sowieso Geld für die App ausgebt und regelmäßig mal Münzen aufladet, dann lohnt sich es auf jeden Fall, dass ihr jetzt 5 Euro investiert für dieses Ticket, weil ihr ja theoretisch 5 Euro ausgebt, aber 10 Euro wiederkriegt. Also macht ihr ja eigentlich 5 Euro plus, also braucht man da gar nicht überlegen und gleichzeitig hat man ja auch die anderen Boni noch dabei mit den mehr EP und mit den Geschenken und dem ganzen Zeug und mit der Forschung, die auch da mit drin ist. Also brauchst du nicht überlegen, ist ein super Angebot, das ist cool, das war es von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out for out, euer Ramses und schreibt mal rein, werdet ihr euch dieses Ticket holen? Danke an Alex, nochmal zum dritten Mal. Peace out for out, euer Ramses und ciao.